Einen wunderschönen guten Abend. Hier sind wieder Pallano und Millie. Hallo. Auf Erangel von Ost nach West und wir gehen, Überraschung, nach Myltar. Ich finde Myltar ist wirklich schön. Das ist so... Startet auch ganz gerne. Naja, irgendwie. Wobei ich auch immer Jasnaya oben auf dem Dach ganz cool finde. Waffe schnappen und dann so ein bisschen von oben runter gucken. Das ist dann so Straßenkampf. Also das ist ja wirklich, dass du dann gleich auch so von Gebäude zu Gebäude und so. Das ist nicht so groß. Ja, genau. Jasnaya ist dann halt irgendwie so, das ist so zu verlaufen und dann... Ja und so viele Etagen. Ja genau. Das ist hier viel weniger. Und hier kommst du auch schneller weg. Ja, naja, wenn du da kein Auto hast, dann bist du da immer irgendwie... Ja, das stimmt. Oh, hier sind die, ich muss mal weiter runter jetzt hier. Tiefluck. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Plus da hinten, okay. Oh, hier hinten, äh, letztes Gebäude könnte wer reingehen. Also quasi von dir aus gesehen links. Sah grad so aus. Ich glaub das war ich den du gesehen hast, weil ich bin so weit geerflogen, ne? Nein, nein, definitiv nicht. War ohne Namensangabe, ohne irgendwas. Warst du nicht, hundertprozentig. Hier läuft der. Okay, das... Hast ihn erwischt? Ja, ja, ja. Der wollte bei mir rein, der ist tot. Mhm. Aber wie du siehst, gesehen, gehorcht. Und dem war dann so. Bei mir ist ein T2 Helm. Über. Mhm. Die AKM, ne danke. Wens. Ja, ja. Wens. Wens. Ich hab' noch mal Glück gehabt. Wens. 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 die akm ist so schlecht was man die als range waffe benutzt ja das stimmt oder hinten auf der straße ist mit einem normalen visier gerade auf jemanden zumindest munitionen holen erst mal auf der straßenseite ist auch hier bei mir läuft auch wer das ist glaube ich ein spieler okay kommen wir davon weiter durch ist der vogel Ich komme Hinten rennt einer über die Straße Da hinten Ist links rüber gerannt Was wollen wir jetzt ganz nah auch wer Oben auf dem Haus oder wo ist der Hinter deinem Haus irgendwo Ich hab ihn Ich hab bloß so wenig Ich muss Unbedingt Da oben sind noch welche Einer kriegt und da ist noch einer Ja ich kann bloß nichts machen Weil ich wie gesagt Keine Munition habe Da hinten sind noch welche Da hinten rennt einer rechts rüber Habe ich Jetzt rennt noch einer rechts rüber Ausgenockt auf der Straße Gefinished Sonst weiß ich nicht wie viele da hinten noch leben Ich gehe mal ein Stück weiter Richtung Westen Ich höre Schüsse Ja die sind irgendwie Richtung Wald hoch glaube ich Ja da irgendwie grob Richtung Wasserturm genau ja gut markiert Ja in die Richtung stimmt Was haben wir denn hier Oh die Musiken Das ist doch auch schick T2M könnte ich noch gebrauchen Falls ich mal irgendwo Hatte ich am Anfang markiert Und hier in meinem Haus unten ist auch irgendwo einer drin Hier oben auf dem Dach ist auch Weihnachtsdach Brauche ich nicht suchen Okay Muss ich nochmal gucken Oh da ganz hinten sehe ich wen da hinten rennt wer Oh Aber auf der Straße irgendwo Ja ja Oh genockt Und irgendwo So laut Das muss näher sein Naja das ist einer der mich auf mich geschossen hat Irgendwo aus dem Dorf raus noch Können wir noch nicht ausmachen wo Wo Gabe ist da habe ich einen ausgenockt Der war wirklich da hinten Okay Hast du hier Was hast du hier Das ist alles meine Ein paar Schuss Munition sammeln Jetzt ist es ein bisschen Puffer hab Und hier liegt die Mini Die sind auch schön Fast in der Zone Das ist zumindest dicht dran Was haben wir denn hier Brauche ich nicht Brauche ich auch nicht mehr Heiler T2 Helm gefunden Und ein 6er Visier Brauchst du ein 6er Visier? Nein Okay Ah was kann ich denn jetzt wegschmeißen Hm Ein bisschen Solltest du irgendwo Neuner sage ich schon 7 Amun haben finden Dann kannst du mal Hier in dem Haus Ist 7 Amun drin Wo sind wir eigentlich So und Ach wir sind ja Tja Wo mir rennt wer Wo hier rennt wer Dem Gebäude Ja Ja ich sehe wen Da Läuft jetzt da Ist hinter dem Haus Deine Markierung Ist gerade ungefähr Um 20 Meter gesprungen Ja Ich sag mal grob In die Richtung Aber nur grob Ich hab die Schritte Noch näher gehört Irgendwie oder Deine Markierung Ist ja sonst Wohin gesprungen Ja ich weiß Da unten Sobald es Hab ihn Ich glaube nicht Dass der das heute nicht gehört Aber ich hab die Schritte Ganz dicht gehört Ja ja aber der ist Weggelaufen Also vielleicht gibt es Noch einen zweiten Aber Irgendwo hier hab ich ihn Da ist er Nur wegen Munition Oh 3er Rucksack Ich glaube das war definitiv ein Spiel Hätte ich jetzt gesagt Oh hier ist so ein Hügel Wurde wieder Wollte durch eine Scheibe gehen Hat aber nicht geklappt Wo hier ist Tür auf Bei mir Wozone kommt schon Ja die ist gerade gekommen Achso ich bin knapp Drin gewesen Hab ich eben gerade schon befürchtet Solltest du einen Kompensator Für den MP finden Würde ich mich freuen Und das hintere Teil Für die Vektoren Okay Ja Vierer brauchst du nicht mehr Weil du gesagt hast Sechser hast du ne Mhm Ja Gut Wollte nur nochmal Ob ich Das richtig verstanden hatte Nächste Zone Ist zumindest ein Eckchen So Da hatte ich jetzt nichts In Richtung Auto Oder so Jetzt wird das auch noch Nähbleach Das sage ich Meintwegen können wir los Äh was hast du gesagt Erweiterungsmagazin Ne Kompensator und hinten Das Teil für die Vektor Die sind Schaft Oder das Teil Ich weiß aber nicht wie das heißt Praktischer Schaft Oder so Ja Nur noch 57 Sekunden Ich würde nur Ja ja Ich laufe schon Gut Jut 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 Drei getötet Nur Ist ja traurig Ich hab sechs Sind insgesamt neun Ist doch gut Ach ja 34 noch am Leben Das heißt Jetzt ist tatsächlich Schon wieder richtig Ausgedünnt Mal so nach den War hier ein Auto drin? Schade Da war das auch so ein Garagen ähnliches Wo die Beisen Ah dann nehme ich die Da brauche ich Den zumindest hinten Das Teil nicht Ich laufe mal Richtung Straße In der Hoffnung Das war vielleicht HZ finden Also jetzt war ich nur noch Ein Kompensator MP Das wäre Gold wert Ja 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 Ich renne einfach Richtung Zone Oh nein Der rasende Roland kommt Ja In orange Ja das ist Das ist sehr dezent Das Auto ist gut Ja Voraus oben rechts Irgendwo Also Richtung Gelb ist Schisse Ja Aber willst du Achso Eigentlich nicht Wir brauchen nicht wechseln Ich hab dir nur angezeigt Du entscheide seins Fahrer Richtung Ja Okay Voraus Jetzt genau Irgendwo Irgendwo hier wollen Links von uns ein Stück Ja Ja anhalten Irgendwo Hier unten sind Schisse Aber da rucht doch auch oder Ja die haben dich befeuert Gegenseitig Was ist er denn hin Da drüben höre ich ihn Ja Da oben drauf Ja da oben drauf Tot Der ist tot Heilen Olli Jo Aber hier voraus auch noch irgendwo Richtung Nordost Von hier Oh scheiße Zone kommt schon Das Auto ist jetzt draußen Oh Ist noch viel mit Glemsel Ja Nordost ist gerade Ordentlich Oh Oh Ich war in Zone Und dann Guck in die Richtung Oh Oh Durch den Nebel Sieht man nix Da ist wer Da Olli Genau hinter dem Stein gelaufen Ja Gesehen Rent links weg Jetzt läuft er nach links weg Genau Ist da am Baum Ist tot Bist du sicher? Ja ich habe ihn erschossen Ein Assist Dann habe ich ihn doch getroffen Hab ich eben gerade schon gefragt Warum Ich werde beschossen Aus Richtung Nordost Nordost? Okay Ja Richtung 65 Grad Irgendwo glaube ich Okay Ich auch nicht Weil derjenige schießt hier gegen meinen Baum Da fährt ein Auto Rechts hinten fährt ein Auto Oh Ich werde von zwei Seiten beschossen Ja Rauch würde helfen glaube ich Okay Und hat ein Auto gehalten jetzt glaube ich Dankeschön Ich laufe links hinten rum Ja Erstmal neu positionieren Die haben eine Ahnung wo wir sind Das ist Mist Scheiße das Auto kommt Oh die betteln sich Ich muss hier weg Weil das Ding Selbst wenn die hier halten Weißt du Äh durchfahren Dann sind wir einfach matt Da vorne ist auch ein Buggy Wollen wir den nehmen oder? Wollen wir den nehmen? Ja Kommt irgendwas von hinten? Ja Komm schnell rein Ja Ja Die haben tatsächlich gerade die Hütte überfahren Wo ich drin stand Hast du gesehen? Ja ja Da hinten Ich positioniere uns erstmal woanders Dass wir hier wegkommen Kommt trotzdem hinterher gefahren Okay Ich gucke dass wir irgendwo rankommen Oh Autos Scheiße Autos Oh fuck Dach links Oh fuck Oh hier waren so viele Oh 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 Einer auf dem Dach Und hier der am Baum Ey ich hab ihn noch angeschossen ist Oh War das Ja Das war hart Das liegt äußerst schlecht Okay Mal gucken Wie viel da sind wir denn geworden eigentlich Ich hab jetzt gar nicht drauf geachtet Ich auch nicht Oioioioioi Die neue Positionierung war nicht besser als die alte Ja Von den anderen weggefahren Oh Ich weiß gar nicht wie viel da im Auto Minimum zwei Weil einer hatte geschossen und der andere ist gefahren Platz sieben Okay Oh dann haben wir wirklich Elf kills Für die wenigen Auch noch einzelne gelebt Also wirklich einer Ja Wir sagen auf jeden Fall Vielen Dank fürs zugucken Wenn es euch gefallen lasst gerne Like unten Abo da Und wir sehen uns beim nächsten Mal Bis dahin Tschüss 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 Tschüss